So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Plug-Tail Innocence. So, im letzten Part haben wir den hier ein bisschen fertig gemacht. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich müsste es hier rüber machen, oder? Dass ich da gut drüber komme. Okay, der hat nix. Let's get out of here. Magister, die Episangwis. Ah, let's see. Perfect. If I may be so bold, we know it comes from those rats, but what's it for? We call this odorous. Oh. That is just one of the effects of the Episangwis, when we mix it with sulfur. But that's not what we are interested in. But, so why don't we let our units use it, eh? It could... It is too precious. Each Episangwis crystal must be kept for our project. Particularly as, in this form, it has been the source of some, how should I say, regrettable accidents. Deliver it to the Bastion. That is enough for today. Regrettable accidents. Imagine you spill some on your feet. You'd have to do your patrol on your ass. Episangwis, what's that? I need to see this. Okay, also dann gucken wir mal. Wie kommen wir hier am besten durch? Gucken wir uns erst mal hier um. Oh, more bodies. Übelst, popübelst. Okay. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Nein. 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 What are you so excited about? Well, well. Was müssen wir jetzt hier benutzen? Feuer? Okay, bevor ich jetzt da irgendwas mache. Oh. Gib mir den Stein, du Schwein. So. Okay, ich kann hier nicht lang. Ich muss hier lang. Okay. Okay, das war anscheinend nicht richtig. Keine Ahnung mehr. Ach so, das Zeug geht nicht einfach. Sie haben haltet. Aber sanwis und sanwis. Wir müssen sie doch zusammenhauen. Jetzt muss sie einfach versuchen. Lukas, das ist für euch. Okay, das ist nur eine Ablenkung. Alles klar. Okay. Over there, it looks like the exit. Come on, it's not that far. The ground has collapsed. I need to find something to hoist myself out of. I can't. If I can get it down there, I could climb on it. Okay. Okay. Ich glaube, das ist aber ein bisschen verkehrt, oder? Okay. 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 Das war nichts. Okay. 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 Das blöd ist, dass man alles wieder einsammeln muss. Okay. 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 Was ist das? Ah, ich hätte da was fein. Ganz quickly. Mach mal sowas und quickly. So. Haha, verarscht. So, das ist ja nice. Wo muss ich das denn jetzt hin? Schieben. Da rausschieben? Oder? Ich hab keine Ahnung. Ich schiebe halt mal. Wo muss ich denn hinschieben? Hier geradeaus? Ich hab keine Ahnung. Ich schiebe halt mal. Ich schiebe halt mal. Ich raffe überhaupt nicht, wo ich das jetzt hinschieben muss. Da unten, da unten muss ich hin, oder? Ja, genau. Da muss ich hin, oder? Genau, da will ich's. Okay. Oh Gott, was ist hier passiert? Oh Gott. 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 Oh-oh, oh-oh. Oh-oh, oh-oh. Oh-oh, der hat doch noch ein Schild her. Okay, lenken wir ihn ab. Okay, so langsam habe ich den Dreh raus. Wird ja auch mal Zeit, ne? So, drüben steht noch einer. Können wir den von hier am Arsch machen? Okay, verstecken, verstecken, verstecken. Kann ich durchs Wasser? Ja? Wie ist das? Hey, können Sie mich hören? Oh-oh, oh-oh. 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 Hey, look what we have here. Ach, Mist. Wirklich. Okay, jetzt hat aber wenigstens den Helm nicht mehr auf, ne? Oh-oh. Die Ratten haben mir das Leben gerettet. Was denn da? Oh-oh. Wir werden uns wiederholen. Okay, jetzt. Wo ist er denn jetzt hin? Okay. Könnten wir die Ratten hinlocken? Oh, oh. Nein, 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 hier bleibt, nein, hier geht weg. Oh, oh. Why are we still here? Where the episanguis cages... This is not just an evacuation. Oh, oh, oh. Das war's. Okay. Ist hier noch irgendwas von Wichtigkeit? Hier hinten vielleicht. Hier kann man rüber. Und da hinten kann man aber auch lang. Hä? Hä? Moment, ich könnte die Ratten da hinten in die Ecke locken. Oh, jetzt sind da noch Ratten. Echt jetzt? Shit. Das war nicht gut. Das war nicht. Das war nicht. Ich... Ich bin in der Atmosphäre. Ich weiß, was du tun? Ich... Ich weiß nicht. Was? Oh nein, das nicht nimm! Oh, das ist ein Schmerz. Komm schon, schuldig. Die Universität muss nahe sein. Er kommt! Monsignor Vitalis kommt! Der Krasidore ist hier! Vitalis, der Butcher, der mein Vater tölt, arbeitet für dich. Sein Blut ist auch auf deinen Händen. Okay, ich bin wieder zu schnell hier gewesen. Ach, das stinkt mir, ne? Ich kann jetzt hier auch nicht mehr zurück. Wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. Shit! Das ist aber auch mies, ne? Na ja, gut. Können wir nichts ändern? Hier lang? Oder da lang? Okay. Den können wir eigentlich gleich im Arsch machen hier. Oh, da sind mir zu viele. Muss ich mir anders überlegen. Oh, da sind mir zu viele. Das ist nicht ganz. Das geht, was wir ab? Ja. Lasst uns, wir die können in die Abkommen, die sein. Oh, da sind wir alles sehr gut. Aber das ist nicht aufgesch�니다. Komm schon, leck dich hin. Dreh dich um. Dreh dich um. Okay, der beobachtet ganz gemütig, die Ratten. Auch gut. Okay. 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 Ja. Ach, jetzt geht er da hoch. Wirklich, jetzt. Jetzt habe ich so einen Teil vergeudet. Shitty. Okay, na gut. Na, der kommt wieder. Sehr gut. Ich hoffe, dass er auf seine Position wieder geht. Sehr gut. Oh, oh, oh. Okay, das war fantastisch, würde ich mal sagen. Na, da liegt da noch was. Nein, 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 nein. Echt jetzt? Oh, ne. Das ist so ne Scheiße. Jetzt war ich so gut. darf doch wohl nicht wahr sein und jetzt muss ich bestimmt alle wieder natürlich muss ja alle wieder erledigen okay ich mache ihren cut sehen wir im nächsten part wenn ich alle typen wieder am arsch gemacht habe wie es weitergeht also bis dahin bye bye